Zeuge Ignasi Golik, Polen, Journalist, 42 Jahre alt, 53. Verhandlungstag, 8.06.1964 Da war keine Selektion. Damals als wir kamen, von unserem Transport sind nur einige Häftlinge, meistens Juden, und die Pfarrer nach der Strafkompanie selektioniert. Sind Sie auch zur Strafkompanie gekommen? Nein, ich nicht. Nein. Und Sie hatten mal gesagt, ein Teil des Transports, darunter auch vor allem jüdische Polen, wurden in die Strafkompanie eingewiesen. Nun, wer hat denn das gemacht damals? Hatten das Ärzte gemacht, oder wer war das, der Sie so aufgeteilt hat? Das kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ich meine, waren da keine Ärzte dabei. Das waren wahrscheinlich die Beamten von der politischen Abteilung. Aber damals konnte ich noch nicht unterscheiden, Herr Sessler. Ja. Sie kamen zunächst in einen Quarantäneblock? Ja. Und zwar nach Auschwitz oder nach Stammlage oder nach Birkenau? Stammlage. Damals war noch kein Birkenau. War noch kein Birkenau, richtig. Und nachdem Sie einige Zeit im Quarantäneblock waren, sind Sie dann wohin gekommen? Ich arbeite nachher in so einem Rollwagenkommando, Zonenbaukommando, verschiedenen Außenkommandos. Ja. Und zwar bis zum Herbst 1942? Ich arbeitete beim Neubau, nachher in der Strumpfstofferei, nachher in der SS-Küche und im Jahre 1942, seit 1942 arbeitete im SS-Revier. Im SS-Revier. Ja. Und zwar, was hatten Sie da zu tun? Zuerst war ich Stiefelputzerreiniger bei Unterscharfier Kler und die anderen Unterscharfier, die damals im SS-Revier wohnten. Es waren nämlich ein paar Zimmer dort oben, wo die Unterführer vom SS-Revier wohnten. Ich war bei ihnen Stiefelputzer und Reiniger, Zimmerreiniger. Nachher war ich schon Reiniger, Standortzimmer und Ambulatorium. Nach ein paar Monaten war ich Desinfektor SS-Kleider. Und war nämlich so, die sämtlichen SSler, die nach Reich mit Urlaubschein fahren, die mussten erst seine Kleidung zum Entwesung abgeben. Und ich war der Desinfektor für diese Sachen. Ich arbeitete damals mit Unterscharfier Schmucker, der stammte von Teplitz-Schönau. Ja. Das heißt also, Sie waren nicht als Desinfektor für die Häftlinge eingeteilt? Nein. Oder für Baracken oder sowas, sondern nur für die SS-Leute? Für die SS-Leute und die SS-Unterkünfte. Und die Unterkünfte. Nun, das haben Sie gemacht und nach etwa sechs Monaten bekamen Sie welche Tätigkeit zugewiesen? Nachher war ich Kapo dieses Kommando. Ja, und waren Sie denn nicht auch mal in dem Operationssaal tätig? In der Operationssaal tätig war ich als Reiniger dort. Als Reiniger. Da hatten Sie wohl auch die Instrumente in Ordnung zu halten? Ja, ich musste die Instrumente stellerisieren, die Handschuhe und so weiter. Ja. Dann sind Sie schließlich Kapo geworden, wie Sie eben mir schon gesagt haben, ja? Ja. Und das heißt, in dieser Eigenschaft unterstanden Ihnen alle Häftlinge in dem SS-Revier mit Ausnahme der Zahnstation? Ja. Dort sind Sie geblieben bis 1944, bis zum November, bis Sie schließlich nach Oranienburg gekommen sind. Ja. Haben Sie damals kennengelernt in dem SS-Revier auch den Adjutanten des damaligen Kommandanten Höss? Nein. Nein, den haben Sie nicht kennengelernt. Haben Sie aber näher kennengelernt den Angeklagten Claire, von dem Sie eben sagten, dass Sie bei ihm eben als Putzer tätig waren? Den haben Sie näher kennengelernt? Ja. Nun, wo war denn der Claire untergebracht? Das heißt, wo wohnte er? Der Claire wohnte damals im ersten Stock im SS-Reviergebäude. Ja. Im ersten Stock im SS-Reviergebäude? Ja. Und zwar die ganze Zeit, wo Sie dort waren? Oder ist er nachher woanders hingezogen? Nach einem Jahr ist er irgendwo anders ausgezogen. Aha. Haben Sie dort auch den Angeklagten Handel kennengelernt? Ja, den Angeklagten Handel habe ich kennengelernt, als ich in der SS-Küche arbeitete. Der ehemalige Rotenführer Handel war damals für jede vierte Kompanie. Und er beschäftigte sich mit der Mittagessen-Ausgabe in der SS-Küche. Aha. Und nachher habe ich ihn nochmals begegnet, als der SDG in der SS-Reviergebäude war. Ja. Können Sie von Handel irgendetwas besonders sagen? Werde ich vielleicht jetzt schon in der polnischen Sprache antworten. Ja, bitte schön. Czy może Pan coś specjalnego powiedzieć na temat Handel? Handel, als ich in Handel noch zur Zeit seine Tätigkeit in der vierten Kompanie kennengelernt habe, hat er sich anständig benommen. Nachdem er SDG auf dem SS-Revier geworden ist, habe ich in keine Berührung mehr mit ihm gekommen. Und lediglich das, was ich weiß, habe ich über ihn gehört. Haben Sie etwas dagegen, dass ich Ihre Aussage auf ein Tonband aufnehme? Na, darf ich mir mal davon aufhören? Zur Gedächtnissstütze des Gerichts. Dankeschön. Ja, nachher haben Sie nichts mehr von ihm gehört. Wie war es denn nun mit Claire? Was wissen Sie denn von dem Angeklagten Claire? Ich habe nicht gehört, was der Vorsitzende nicht gehört. Er sagte, ich habe nicht mit ihm in Berührung gekommen. Was ich von ihm weiß, habe ich nur gehört. Ach so, hat er gesagt, ja. Und was wissen Sie von ihm? Also, ob man es słyszał o nim? Ich habe gehört, dass er an dem sogenannten Abspritzenden der Häftlinge teilgenommen hat. Wissen Sie, ob er das dauernd getan hat, oder ob er das nur einmal gemacht hat? Wissen Sie, ob er das dauernd getan hat, oder ob er das nur einmal gemacht hat? Wissen Sie, ob er das dauernd getan hat, oder ob er das nur einmal gemacht hat? Daran kann ich mich nicht erinnern. Ja. Nun, was wissen Sie von Claire? Claire pracował początkowo jako sanitariusz w obozowym szpitalu. Zuerst hat Claire als Sanitäter im Lager Krankenbau gearbeitet. Ja. Prawdopodobnie gdzieś w roku 1943 Wahrscheinlich im Jahre 1943, ich erinnere mich nicht genau, został kierownikiem, właściwie takim dowódcą Kompanie Desinfektorów. wurde er Leiter, oder Führer eines sogenannten Desinfektorenkommandos. Ta jednostka składała się z pięciu, albo sześciu SS-Mannów. Diese Einheit bestand aus fünf, oder sechs SS-Männern. Kierownikiem, jak powiedziałem, był Claire. Leiter war, wie ich bereits gesagt habe, Claire. W skład tej jednostki, o ile sobie mogę dzisiaj przypomnieć, wchodził Sturman Koch. Zu dieser Gruppe, soweit ich mich jetzt erinnern kann, gehörte Sturman Koch. Rotenführer Wojzniczka. Rotenführer Wojzniczka. Ein junger Sturman, Taube oder Teuer, kann ich mich nicht erinnern. Rotenführer, Riegenhagen, oder Riesenhagen. Pozostałych nie mogę sobie przypomnieć. An die anderen kann ich mich nicht erinnern. Ja. Do zadań tej jednostki należało przede wszystkim i głównie gazowanie więźniów. Zu den Aufgaben dieser Einheit gehörte vor allem die Vergasung der Häftlinge. Jako zadanie uboczne mieli oni gazowanie odzieży. Als Nebentätigkeit gehörte zu ihren Aufgaben die Entwesung der Kleidung. Bo rzeczywiście były przypadki, kiedy odzież dezinfeckowano Cyklonem B. Weil tatsächlich es gab felle, bei denen man mit Cyklon B wirklich die Kleidung auch dezinfeizierte. Ale były to wypadki bardzo sporadyczne. Das waren aber einzelfelle. Ponadto Cyklon B był gorszym gazem do dezinfeckcji niż znajdując się wówczas w SS-apotheke tak zwany ILO-SPECJAL-Gaz. Darüber hinaus war das Cyklon B gaz viel schlechter für die dezinfeizierung geeignet als das andere gaz das sich in der SS-apotheke befand sogenannte ILO-SPECJAL-Gaz. Z tym gazem pracowałem wówczas kiedy trzeba było dezinfeckować pomieszczenia SS-manów, którzy zachorowali na tyfus plamisty. Ich habe mit diesem gaz gearbeitet, als ich die Unterkünfte der SS-Männer, die an Fleckfieber erkrankt haben, desinfizieren musste. I wówczas wydawano mi tylko gaz właśnie ILO-SPECJAL-Gaz. Und damals hat man mir gerade eben lediglich dieses sogenannte ILO-SPECJAL-Gaz ausgegeben. Natomiast wielki magazin gazu CYCLON-B znajdował się po zamknięciu starego krematorium w starem krematorium. ZYCLON-B zyklon-B 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 nachdem das alte krematorium geschlossen wurde. Gdzie? Im SS-M altes krematorium. Im alten krematorium. Wtedy się znajdował tam magazin gazu. Aha. Nachdem das alte krematorium geschlossen wurde, hat man dort ein Lager für das ZYCLON-B eingerichtet. Wiadomo mi również, że magazin tego gazu znajdował się w teater gebäude. Es ist mir auch bekannt, dass dieses gas sich ebenfalls in dem sogenannten teater gebäude befand. To widziałem, natomiast słyszałem, że jeszcze trzeci magazin gazu ZYCLON-B znajdował się gdzieś w Birkenau. Das habe ich selbst gesehen. Ich habe auch außerdem gehört, dass ein drittes diese ansamlung von gas auch in Birkenau war. Jeśli chodzi o magazynowanie tego gazu, to należało to do obowiązków pracowników SS- apotekę. Was die betreuung, also die lagerung des gases anbetrifft, gehörte dieses zu den Aufgaben der Mitarbeiter SS- apotheke. Mianowicie klucze do krematorium, starego krematorium, znajdowały się w disposizione Obersturmführera, następnie Hauptsturmführera Doktora Capesiusza i Unterscharführera Juraska. Die Schlüssel zu dem alten krematorium befanden sich in den Händen des Obersturmführers und später Hauptsturmführers Doktor Capesius und in den Händen des Unterscharführers Juracek. Die Schlüssel zu dem Krematorium und zwar zu dem Raum, in dem die Zyklon Gasbehälter aufgenommen wurden. Prócz tego to była w ogóle apteka w Oświęcimiu to była najdziwniejsza apteka świata. Nie była to apteka w której przechowywano w głównej mierze lekarstwa dla ratowania ludzi. Przede wszystkim przechowywano tam przedmioty do niszczenia ludzi. W piwnicy SS Apotheke w budynku SS Reviru znajdowało się specjalne pomieszczenie zamknięte żelaznymi drzwiami. Im keller der SS Apotheke befand sich ein Raum der mit eisner Tür abgeschlossen war. Za tymi drzwiami znajdowały się butle oplecione koszem in diesem Raum befanden sich flaschen in so in korb so korb flaschen aufbewahrt w których znajdowało się fenol. Und in diesen flaschen war fenol. Wer den schlüssel dazu? Kto miał klucze do tego pomieszczenia? Klucze do tego pomieszczenia miał uprzedni kierownik apteki Kramer oder Kramer który umarł w 1943 roku. Zuerst hatte die schlüssel zu diesem Raum ein vorheriger leiter der Apotheke Kramer oder Kramer der dann gestorben ist. Desinfektions Desinfektionskommandos gewesen. Und das Desinfektionskommando in erster Linie die Vergasungen im Krematorium durchgeführt hat. Wissen Sie, ob der angeklagte Claire sich persönlich an diesen Vergasungen im Krematorium beteiligt hat oder ob das nur die ihm unterstellten SS-Leute getan haben. Widziałem tylko jeden przypadek gazowania Zyklonem B. Ich habe nur einen Fall gesehen, bei dem man mit Zyklon B vergast hat. Było to wówczas, kiedy jeszcze czynne było Stare Krematorium. Das war zu der Zeit, als das alte Krematorium noch in Tätigkeit war. Stare Krematorium leżało o około 40 do 50 metrów od budynku SS-Revier. Das alte Krematorium befand sich 40 bis 50 metern entfernt von dem SS-Revier. Któregoś dnia przeprowadzono pod silną strażą całej kompanii SS około 200 więźniów z Birkenau. Eines Tages brachte man unter starken bewachung von einer SS-Gruppe 200 Häftlinge aus Birkenau. Wie ich später erfahren habe, war das ein sogenanntes Sonderkommando. Die Gruppe wurde auf den Hof des Krematoriums geführt. Was bedeutet Sonderkommando? Das waren Häftlinge, die in Krematorien in Birkenau beschäftigt waren. Die wurden auf den Hof gebracht, der mit sehr hohen Betonmauer umzäugt war. Z wysokości pierwszego piętra, właściwie półtora piętra budynku SS-Rewiru, z klatki schodowej, z okna, można było widzieć, co się konnte man die Geschehnisse beobachten, die sich auf dem Hof abspielten. Die Häftlinge bekamen einen Befehl, sich auszukleiden. Da es Menschen waren, die selbst in Krematorien beschäftigt waren, wussten ganz genau, was bevorsteht. Deswegen haben sie abgelehnt, das zu tun. Wówczas Grupa SS-Mannów z Heslerem na Czele i Schwarzem. To był Lagerkommandant i ówczesny Lagerführer, daje się. Zaczęli bić tych więźniów. Da fing die Gruppe von den SS-Männern an ihre Spitze Hesler und Schwarz. Das war der damalige Lagerkommandant oder Lagerführer. Die SS-Gruppe begann dann, diese Menschen zu schlagen. Wówczas więźniowie zaczęli się rozbierać. Dann fingen die Häftlinge an, sich auszukleiden. Zostali wprowadzeni do komory starego krematorium. Man führte sie in die Kamer des alten Krematoriums. I wówczas na dach krematorium, do czterech spezialnie przysposobionych otworów, podeszli SS-Manni z Grupy Klara. Dann stiegen auf das Dach des krematoriums und näherten sich den vier bestimmten Löchern auf dem Dach die Männer aus der Gruppe von Klara. Klara był na dole i wydawał rozkazy. Klara stand unten und gab die Befehle aus. Die SS-Manni otworzyli przygotowane, przeniesione Puschki z Cyklonem B. Die SS-Manni öffneten die mitgebrachten Dosen mit dem Cyklon B. Przy pomocy takich zębatych uchwytów. Mit Hilfe so zagigen Schlüssel oder Öffner, Büchsen Öffner. Und warfen den Inhalt dieser Dosen in die Öffnung hinein. W tym momencie zapalono kilka motorów, motocykli. In diesem Moment liest man die Motorräder anlaufen. Und diese Motorräder fuhren dann um das Krematorium herum. Das war ein einziges Mal, das ich beobachtet habe, bei dem die Vergasung von Kler durchgeführt wurde. Es war bekannt, dass die Angehörigen dieses Kommandos von Kler nach jeder Vergasung eine Zusatzverpflegung, also Sonderzuteilung bekommen haben. O ile sobie dzisiaj przypominam, składało się ono z paczki papierosów i jednej piątej zawartości flaszki rumu, firmy Jamaika Rum. Soweit ich mich jetzt erinnere, bestand diese Sonderzuteilung aus einem Päckchen Zigaretten und einem fünftel eine Rumflasche. Soweit ich mich jetzt erinnere, Jamaika Rum war das. Wielokrotnie Gruppe von Kler wyjeżdżała do Birkenau, tam, gdzie prowadzona była akcja niszczenia Żydów węgierskich i francuskich. Soweit ich mich erinnere, fuhr die Gruppe von Kler häufig nach Birkenau, wo die Vergasung der Juden aus Ungarn und Frankreich durchgeführt war. Każdorazowo do samochodu sanitarki firmy Hanomag Phenomen wsiadało dwóch do trzech ludzi Kler, często Kler i z reguły, tak zwany Diensthabende Arzt. In so einem Sanitätswagen, ich weiß, das war noch Hanomag Phenomen, stiegen dann jedes Mal zwei bis drei Männer aus der Kler Gruppe, häufig Kler auch, und noch ein sogenannter Diensthabender Arzt. Lekarz służbowy siadał zawsze z przodu przy szoferze, to dobrze pamiętam. Der Diensthabende Arzt setzte sich immer vorne beim Chauffeur. Daran kann ich mich gut erinnern. Sanitariusze, ci desinfektorzy siadali z tyłu i zabierali ze sobą skrzynkę z gazem. Die Sanitäter, die desinfektoren, setzten sich hinten und nahmen ein Kisten mit dem Gas mit. Po powrocie, z reguły taki samochód przywoził jakieś rzeczy po ludziach gazowanych. Nach der Vergasung brachte jedes Mal dieses Auto oft, ich verbessere mich oft, die Sachen, irgendwelche Sachen mit. Były to przedmioty po ludziach zagazowanych. Das waren Gegenstände, die zu den Personen, die vergast wurden, gehörten. Były to bagaż akuszerek, lekarzy dentysty, pielęgniarzy und in allem personelleren Służby Zdrowia. Das waren Sachen, die zu den Hebammen, Ärzten, Sanitätern und zu dem Personal des Gesundheitsdienstes gehörte. Wie ich von den häftlingen, Ärzten gehört habe, spielte sie sich folgende Massen ab, dass man die häftlinge auch forderte, diejenigen, die zum Gesundheitsdienst gehören, auszutreten und ihr Gepäck abzulegen. Dieses Gepäck wurde dann aufs SS-Revier gebracht und auf dem Boden des SS-Reviers wurde dann die Einteilung, die Verteilung dieses Gepäcks durchgeführt. Man suchte in erster Stelle nach den Medikamenten und nach den ärztlichen Instrumenten. Darüber hinaus fand man aber dort auch viele Wertgegenstände und die Lebensmittel. Die Wertgegenstände warf man in so einen besonderen Kisten, der dort stand. Soweit ich mich erinnere, da befanden sich diese Kisten zuerst auf dem Boden und später stand diese Kiste unten in der Apotheke. In dieser Kiste warf man sehr viele Däwisen, uhren, goldgegenstände, aber das ist charakteristisch, dass diese Kiste fast immer leer stand. Was mit diesen Gegenständen geschah, das ist mir schwer zu sagen. Es ist eher schwer anzunehmen, dass irgendein Häftling konnte die Gegenstände aus der Kiste entfernen. Die Kiste war plombiert, verschlossen und hatte nur eine schmale Öffnung, um die Gegenstände hineinzuwerfen. Darüber die Auskunft geben, wohin die Gegenstände gekommen sind, kann wohl uns die Auskunft geben, der sich hier befindenden Dr. Capetius und Jurasek. Unterscharführer Jurasek. Ich möchte hier ein paar Worte von den Medikamenten sagen, nach denen man im Gepäck suchte. Bevor diese Medikamente aufgenommen und gezählt wurden, hatten wir Gelegenheit, sie in die Apotheke des Lagers zu schicken, wo man ständig einen starken Mangel an Medikamenten hatte. Wir haben sogar manche SS-Männer dazu benutzt, die Medikamente ins Lager hineinzuschmuggeln. Na przykład czynił to Rottenführer Tadeusz Dobrzeński. Oczywiście otrzymywał za to odpowiednią zapłatę. Natürlich hat er dafür eine entsprechende Belohnung bekommen. Przede wszystkim w Dollarach albo w złotych przedmiotach. Vor allem in Dollar und auch in Goldgegenständen. Wiandowo bowiem, że w szpitalu więziennym brakowało lekarst. Man hat nämlich genau gewusst, dass man im Krankenhaus keine Medikamente hatte. Die Anforderungen, die man an die SS-Apotheke stellte, wurde zu hälfte oder zu einem drittel gekürzt. Przede wszystkim otrzymywano tylko Bolus Alba und Lignin bekommen. Natomiast nie wydawano takich rzeczy jak Glukoza, Prontozil. Aber man hat keine Glukose und Prontozil und andere dieser Art ausgegeben. Deswegen waren wir Häftlinge gezwungen, wenn ich mich so ausdrücken darf, die Bestände auf dem Boden zu bestehlen und die Medikamente unseren Mithäftlingen, die einen großen Bedarf an Medikamenten hatten, zu schmugeln. Es entstand eine ganze Organisation der Hilfe den Häftlingen auf diesem Gebiet. Przekazywaliśmy lekarstwa nie tylko do obozu tzw. Stammlagru, ale również do Birkenau i do obozów pomocniczych, jak Javiszowice, Janina Grube, Goleszów i tak dalej. Wir haben die Medikamente nicht nur in Stammlager geschmuggelt, sondern auch nach Birkenau und in die Unterlager, wie Janina Grube, Goleszów und so weiter. Korzystaliśmy z pomocy niejednokrotnie sanitariuszy, tzw. SDG, którzy przyjeżdżali po lekarstwa. Häufig fanden wir auch Hilfe bei den SDGs, die nach Medikamente abzuholen kamen. czasem za ich wiedzą, czasem bez ich wiedzy, po prostu ukrywając pomiędzy Ligninę, wysyłaliśmy pewne ilości Lekars do tych Podobozów. Manchmal wussten Sie davon, manchmal haben wir heimlich unter Lignin die Medikamente versteckt und auf diese Weise sie in die Unterlager geschickt. Nun, Herr Zeuge, Sie haben uns vorhin erzählt von Claire. Claire sagten Sie, wäre, soviel Sie es selbst gesehen haben, einmal beteiligt gewesen an dieser Vergasung der jungen Häftlinge, die aus dem Krematoriumskommando gekommen waren. Wie viel waren das ungefähr? Zwei bis dreihundert. Zwei bis dreihundert. Sagen Sie, Sie haben hier eine Skizze angefertigt, wenn Sie es sich einmal ansehen wollten. Da haben Sie ein Kreuz dahin gemacht, wo Claire gestanden haben soll. Es würde mich nun interessieren zu wissen, war dieser Standort der Sklea außerhalb der Mauer oder innerhalb der Mauer? Das war außerhalb der Mauer. Hier ist ein Hof. Ja. Das ist Krematorium. Ja. Das war ein Vorhof. Ja. Ganz recht. Das ist Krematorium und das ist Erde mit Gras. Ja. Ach, er stand außerhalb und hat den kann man nicht auf Dach klettern. Aha. Und hier kann man ganz vielleicht das ist so. Ja. Sie sagten also, man kann von dort aus nicht aufs Dach klettern und deshalb hat er auch Ause halt. Aha. Ja. Ja. Sie sagten weiterhin, Claire hätte dann wiederholt sich angeschlossen dem Vergasungskommando, wenn die weggefahren waren mit einem Sanka und zwar wäre ab und zu auch ein Arzt dabei gewesen und Kisten mit Gas. Ja. Wissen Sie, ob diese Fahrt jeweils in die Vergasungskamern gegangen ist, also in die Krematorium? Pan wie, dass jeden razen diese bewegung zu Krematorium ist? Oder sie jechali in Krematorium? Tego nie wiem, aber in większości przypadków war, dass sie zu Krematorium weil sie von pomordowanych? Ich weiß es ja nicht, ob sie jedes mal dahin fuhr aber ich weiß, dass jedes mal, wenn sie zurückkamen, brachten sie die Gegenstände mit, die von den vergasen geblieben sind. Ja. Und darüber hinaus bekamen sie die sogenannte zusatzverpflegung. Ein Teil dieser Sonderverpflegung ging durch unsere Hände, durch diese Küche, SS-Küche. Die Küche des SS-Reviers wurde aus der Küche, SS-Küche, die sich außerhalb des Lagers befand, verpflegt. Und wir brachten häufig Rum, also ich erinnere mich eben genau Jamaika-Rum und Sekt für die SS-Männer. Auch für Claire. Das ist La Claire. Trudno muss ich sagen, aber ich weiß, dass im Zimmer von Claire häufig die flaschen von Jamaika-Rum standen. Ja, Herr Zeuge, uns ist das nämlich um des Willen so wichtig, weil Claire sagt, ich habe zwar diesem Kommando von SS-Männern vorgestanden, die diese Vergasungen durchgeführt haben, das waren vier Mann und ich hatte sie einzuteilen, ich selbst habe mich nie daran beteiligt. Das kann ich nicht genau aussagen. Das können sie nicht genau aussagen. Claire twerde, ich habe das eine Frage gehört, dass er nie nicht verbracht hat, sondern die Leute, die niederlangen zu ihr sind. Und da sie nun der Putzer von Claire gewesen sind und diese Sachen aus der SS-Küche geholt haben, wäre es doch an und für sich naheliegend gewesen, dass sie für Claire auch diesen zusatz verpflegung mitgenommen und mit herübergebracht hätten. Ja so aber ich kann mich leider an die Einzelheiten im Moment nicht erinnern. Ja. Ja nie wiem, czy to fasowanie tego dodatkowego to się odbywało przez dokładnie od Underscharfiera Paszke, szefa Kuchni SS. Underscharfier Paszke. Underscharfier Paszke. Tak. I Pan se tylko to przypomina, że... Wiem, że pamiętam tylko, że była ta Jamaika room, ale czy to Paszke wydawał, czy to ktoś inny to nie. Jeśli Paszke wydawał, to myśmy brali. Also ich weiß nur, dass uns der Unerscharfier Paszke immer aus der SS-Küche alles ausgegeben hat. Und wenn er sich um Jamaika room handelt, dann bekamen wir das von Unerscharfier Paszke jedes Mal. Ja, nicht von wem sie bekommen haben, sondern ob sie es auch für Claire abgeholt haben. Daraus könnte man unter umständen den schluss ziehen, dass er auch an diesen vergasungen aktiv beteiligt gewesen ist. Ich habe ja gesehen, dass er zusatz vergasung bekommen hat. Und er rumpflaschen auch auf seiner stube gestanden hätten. Und er hat das bekommen, er hat häufig in aktentasche Jamaika rum, ich weiß noch nicht von wo, wo er das bekommen hat, mitgebracht. Aber Sie haben ihm keins gebracht. Ja nie. Ich nicht. Nun etwas weiter. Die Angeklagten verteidigen sich damit, dass sie behaupten, wir haben auf der Rampe lediglich die Gepäckstücke abgeholt, die von den Transporten herrührten, und zwar von Menschen, die irgendwie im Sanitätsdienst beschäftigt waren. Wir waren aber nicht in den Gaskammern. Ja Entschuldigung, Herr nicht. Das ist nicht. Aber ich kann nicht. Ich bin nie auf der Rampen und nicht gesehen. Ich bin leider niemals mit auf der Rampe gewesen und ich habe so eine Selektion, die zu vergasung führte, nie miterlebt. Ich habe lediglich eine Liste gesehen, ungefähr wie die Hälfte dieses Blattes groß, auf der man mit der Schreibmaschine, und das war von Unterschar für Richter und Jambor gemacht, auf dem Befehl von Spieß, die Liste der diensthabenden Ärzte, die auf der Rampe Dienst zu haben hatten, aufgestellt war. Ja. Und da habe ich ich habe alles gesehen. In der waren nur lekarze, aber an Anfang 1944 auf der Liste wurden auch lekarze, dentysten und pharmazeuten. Am Anfang befanden sich auf dieser Liste die Namen lediglich von den Ärzten. Seit Anfang 1944 sah ich bereits auf der Liste die Namen von den Zahnärzten und von den Pharmazeuten. Ja, da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen. Wir wollen zunächst nochmal bei Claire stehen bleiben. Sagen Sie, wissen Sie, wer diese gift gas büxen oder das fenol angefordert hat in der Apotheke? Wiem tylko od kolegów, którzy pracowali w aptece, że to było zapotrzebowane przez aktualnego kierownika apteki w Berlinie. Gdzie? Jeśli chodzi od Pola, to zapotrzebowane szło zawsze do Berlina, do tego truppen magazynu, do Pola. Na gaz berlina. Soweit ich von kameraden weiß, die in der SS tätig waren, da ging die Anforderung nach Berlin zu zu centrali, um fenol und gaz zu erhalten. Ja. Ich möchte gern wissen, wer im lager das fenol von der Apotheke angefordert hat. Nie interesuje, kto z obozu żądał z apteki, kto wypisywał zapotrzebowanie do apteki nach Fenol. Tego nie wiem, nie widziałem takich zapotrzebowan osobiście na własne oczy. Das weiß ich nicht, ich habe solche Anforderung ja nie mit meinen eigenen Augen gesehen. Ale wiem, że przychodzili po odbiu leków i fenolu na ogół SDG. Aktualnie SDG. Aber ich abgeholt wurde. Woher wissen Sie das? Ja to widziałem. Przecież zabierali lekarstwa i zabierali przy tym również fenol. War auch Claire daran beteiligt? Ja sobie Claire nie przypominam z tego okresu, kiedy on był SDG w Krankenbauu. Ich kann mich an Claire in diese Zeit, in die SDG im Krankenbau war nicht gut erinnern. Ja wtedy tylko widziałem go powiedzmy z jego działalności po prostu jako mieszkańca SS Rewieru. Ich habe ihn damals nur als Bewohner sozusagen des SS Rewiers gesehen. Natomiast słyszałem tylko co robił na Wie lang war er denn im Krankenbau nach Ihrer Kenntnis? Trudno mi w tej chwili coś precyzyjnego powiedzieć, ale przypuszczam, że gdzieś do 1943 roku. Das ist mi schwer im Augenblick so ganz präzise Angaben zu geben über die Zeit, aber ich glaube so ungefähr bis 43. Und später wurde er chef des des infektoren kommandos. Ja. Und noch später weiß ich, dass er in ein unter lager versetzt wurde. Ja. Das war wann ungefähr? To było chyba w połowie 44 roku. Das war ungefähr die 44. Um die helft 44. Nach Goleschau oder nach Jowiszowicz? Goleschau oder Jowiszowicz, ja. Hat Claire etwa bei Ihnen oder in der Apotheke dieses Giftgas Cyklon B geholt? Trudno mi powiedzieć, samego Claire'a nie widziałem, powiedzmy, żeby on nosił, ale wiem, sanitariusz i on w tej sanitarce się znajdował, pobierali skrzynie z gazem z krematorium. Das ist mi schwer zu sagen, ich habe in Claire nicht gesehen, dass er das getragen hat, aber ich weiß, dass die SDGs und alle, die dort im Sanitätswagen saßen, dass sie die Kisten mit dem Gas aus dem krematorium geholt haben. Ja, die SDGs, ob da Claire drunter gewesen ist, wissen Sie nicht. Claire war bei nicht, aber er selbst hat keine kiste getragen. Ja, was wissen Sie davon, ob Claire mit Phenol Leute getötet hat? Habe ich nur gehört. Nur gehört? Nur gehört. Nun haben Sie uns erzählt von dem angeklagten Dr. Capetius. Sie haben uns erzählt, dass er die Apotheke verwaltet hat. Sie haben uns erzählt, dass er die Schlüssel gehabt hätte für das alte Krematorium, wo das Giftgas verwaltet wurde. Sie haben uns erzählt, dass er auch später den Schlüssel gehabt hätte für den Keller, wo das Phenol in Korbflaschen gelagert wurde. Was wissen Sie sonst von dem Apotheker Capetius? Sie haben uns da erzählt von den Wertgegenständen, die sich unter dem Gepäck der Häftlinge, der Ärzte Häftlinge befand. Sie haben gesagt, dass das in eine Kiste geworfen wurde, was an Wertsachen da war. Da habe ich nicht ganz verstanden. Sie haben gesagt, diese Kisten waren verschlossen und plombiert und trotzdem waren sie immer leer. Wäre es möglich, dass diese Kisten abgeliefert worden wären oder der Inhalt dieser Kisten abgeliefert worden wäre dort, wo die anderen Sachen auch hingekommen sind, nämlich im Lager Kanada oder bei der Kommandantur. Ich habe ja bereits gesagt, dass ich nicht weiß, was mit dem Inhalt dieser Kiste geschehen ist. Offiziell musste eigentlich die Öffnung dieser Kiste von irgendjemandem aus der Kommandantur durchgeführt werden. Wiadomo mi, dass die in der SS-S waren so enormes, dass 20 kwietnia 1944 roku in der Zeit von Hitler war oder 1943 oder 1944 war aus Berlin Und eine Revision, eine Untersuchung in den Unterkünften, von denen SS unter Offizieren durchgeführt hat, eben gerade wegen der Korruption, die da herrschte. Ja, wówczas zabezpieczone ogromne ilości zegarków i złota, które zostały zgromadzone w baraku Politische Abteilung. Znalezione, znalezione. Man hat dabei bei dieser Revision eine große Menge von Goldgegenständen und Uhren gefunden und sie wurden in der politischen Abteilung gelagert. Ja, in der Baracke. In der Baracke. Und die Baracke wurde nachher gestiftet und verbrannt. Ja, verbrannt, gestiftet, angezündet. Ja, Herr Zeuge, ich will Ihnen erklären, was wir Sie fragen. Wenn Sie uns hier aussagen, in der Apotheke stand eine Kiste. Die Kiste war verschlossen und plombiert. Und kein Mensch wusste, wieso es kam, dass diese Kiste meistens leer war. Das hat doch so den Verdacht oder den Eindruck erweckt, als ob hier der angeklagte Dr. Capetius irgendwie beteiligt gewesen sei an dem Verschwinden dieser Wertsachen. Da es aber nach Ihrer bisherigen Aussage durchaus möglich ist, dass diese Wertsachen auch von den Leuten entnommen worden sind, die sie entnehmen sollten, nämlich von der Kommandantur, möchte ich Sie fragen, haben Sie denn irgendwelche Anhaltspunkte dafür, dass der angeklagte Kapetius diese Sachen herausgenommen und sich angeeignet hat? Ich weiß es ja nicht. Ich habe ja nicht gesehen, dass Dr. Capetius selbst etwas aus dieser Kiste rausgenommen hat. Und ich glaube, dass ein Zeuge namens Szykowski der nächste Woche hier aussagen soll, der in der Apotheke unmittelbar gearbeitet hat, etwas mehr darüber Auskunft geben kann. Also Sie wissen nichts davon. Nun sagen Sie bitte, was wissen Sie von einem Versuch mit Medikamenten, der gemacht worden ist und bei dem angeblich auch Leute gestorben sein sollen, soll sich da um ein Kaffee ähnliches Getränk gehandelt haben. Eines Tages wurde ich von einem Kameraden gerufen in den Keller der SS-Apotheke, wo ein Kessel mit warmem Wasser stand und er sagte mir, Schau mal, Kapetius hat ja eine teuflische Mischung da vorbereitet. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau an ein Gefäß erinnern, in dem er es gemischt hat. Es war irgendwie ein Porzellangefäß und da drin bräute er irgendeine Kaffee-ähnliche Flüssigkeit. Wir konnten das aber nicht in der Nähe sehen. Das war, wir durften nicht rein. Das waren drei Zimmer, die nacheinander gingen. Und in dem dritten Zimmer hinter der Eisernen Tür wurden die Gifte aufbewahrt. Dann habe ich von den Kameraden gehört, die im Häftlingskrankenbau tätig waren, dass verschiedene Experimente mit diesen Giften durchgeführt wurden und in Folge diese Experimente eins oder zwei Häftlinge gestorben seien. Aber ich selbst habe diese Experimente dort nicht gesehen. Und wieso wissen Sie, dass diese Mischung, die da im Keller vorbereitet worden ist, nach Aussage des Häftlings durch Kapetius, dass diese Mischung auch diejenige war, die nachher zu dem Tod der Menschen führte? Das kann ich auch nicht sagen. Das kann ich auch nicht sagen. Haben Sie denn Dr. Kapetius einmal auf die Rampe gehen sehen oder wussten Sie, dass er auf der Rampe Selektionen durchgeführt hat? Ob er Selektionen auf der Rampe durchgeführt hat, das habe ich nicht gesehen. Ich war ja nicht auf der Rampe. Aber dass er den Dienst auf der Rampe als Diensthabender Arzt hatte, das unterliegt für mich keinem Zweifel. Oft auf der Liste der auf der Rampe diensthabenden Arzt stand der Name von Dr. Kapetius. Ja. Haben Sie gesehen, dass ein Sanitätskraftwagen nach Birkenau hinaus fuhr, wobei Gasmasken und Zyklonbüchsen mitgenommen wurden? Ja. Ich habe einige Male gesehen, dass Dr. Kapetius in Sanitätswagen einstieg, und zwar sich neben dem Fahrer vorne setzte, zusammen mit einigen Leuten von der Einheit von Klär. Wiedzieliśmy dokładnie, interessowaliśmy się tym, kiedy wyjeżdża Kapetius, dlatego, dass bei der Rückkehr Kapetius zu Birkenau, da war sehr viel bagage, in dem wir m.in. środowiska. Wir interessierten uns ja dafür, wann Kapetius dahin fuhr, weil jedes Mal, wenn er dann zurückkam, da war sehr viel Gepäck mit, und wir interessierten uns dafür, darunter Lebensmittel zu finden. Ja. Nun sagt Dr. Kapetius hierzu, er sei auf der Rampe gewesen, hätte dort aber niemals selektionen durchgeführt, sondern hätte lediglich das Gepäck der Ärzte und sonstigen Sanitätspersonals dort in Empfang genommen und in die Apotheke gebracht. Ich kann ja nicht mehr dazu sagen, als das, dass an den Tagen, als Kapetius mit fuhr, ja kein anderer Arzt dabei gewesen ist. Ja. Nun haben Sie bei Ihrer Vernehmung gesagt, durch den Staatsanwalt, zur gleichen Zeit konnte ich feststellen, dass auch der Apotheker Dr. Kapetius etwa drei bis vier Mal an Sektionen teilnahm. Drei Mal an Selektionen teilnahm. Nie, Pan powiedział podczas swojego przesłuchania przez Prokuratora, że Dr. Kapetius bral udział w trzech czy czterech wypadkach w Selektionen teilnahm. Ja. Bral udział w Selektionen. Nie, tego nie powiedziałem. Das habe ich ja nicht gesagt. Ja. 2396. Vorhalt. Ja, das steht dort so geschrieben. Das können Sie also heute nicht mehr in diesem Umfang aufrechthalten. Sie haben dann weiterhin gesagt, dass Claire die Giftgasbestände von der SS-Apotheke angefordert haben. Und zwar auf Seite 2397. Oprócz tego, Pan powiedział w czasie przesłuchania, że Claire żądał trucizny z Apteki. Wie za zapotrzebowanie. Claire pobierał trucizny z Apteki. Zapotrzebowania nie widziałem. Claire nahm die Gifte aus der Apotheke. Eine Anforderung dazu habe ich nicht gesehen. Also Sie haben wörtlich gesagt, wenn eine Vergasung bevorstand, wurde die erforderliche Menge Giftgas jeweils von dem Desinfektor oder von den Desinfektoren, muss es heißen, zum Beispiel von Claire unmittelbar von der SS-Apotheke angefordert. Ja, das habe ich gesagt. Nun haben Sie vorhin gesagt, die SDGs haben die Büchsen eingeladen in den Sanka. Claire hat sie nicht selbst mit in die Hand genommen, aber er war dabei. Das wollen Sie also heute so aussagen. Sie haben weder gesehen, dass er sie angefordert hat, noch haben Sie gesehen, dass er sie selbst herausgeholt hat. Sie haben nur gesehen, dass er dabei war, wenn die anderen SDGs diese Büchsen in den Baren aus der Apotheke verladen haben. Dann haben Sie weiterhin gesagt, während sonst bei Anforderungen normaler Arzneimitteln die entsprechenden Medikamente von einem Häftlingsapotheker ausgegeben wurden, war die Herausgabe von Giftstoffen, insbesondere von Zyklon B, dem SS-Apotheker Dr. Carpetius vorbehalten. Ja. Wieso wissen Sie das? Ich habe nämlich gesehen, dass die anderen Medikamente, wie diese Bolus-Alba und Lignin und so weiter, von den Häftlingen herausgegeben wurden, von Schäfczyk, Prokop und wie sie alle sagen, Sikorski. Aber diese Tränen und Gas wurden nur von Schäfchen oder von Schäfchen herausgegeben, von Schäfchen herausgegeben. Soweit ich mich erinnere, der dritte SS-Mann in der Apotheke, Rotenführer Dobrzejnski, diese Sache nicht ausgegeben hat. Ja, Sie haben aber gesagt bei Ihrer Vernehmung, Herausgabe erfolgte entweder durch den SS-Unterscharführer Juracek, einen gebürtigen Österreicher, dessen Vornamen mir nicht bekannt ist, oder durch den SS-Rotenführer Tadeus Dobrzejnski aus Tschernowitsch in Rumänien, die beide als Hilfs-Apotheker tätig waren. Wenn es den Dobrzejnski anbetrifft, dann fällt mir schwer zu sagen, ob er das gemacht hat. Aber bei Juracek, da bin ich sicher, ich erinnere mich an solche Fälle, die er ausgegeben hat. Erinnern Sie sich da auch daran? Ja. Ja, dann noch einmal zu diesem Experiment mit dieser Mischung. Was ist denn da zusammen gemischt worden? Ja, und Kollegen, ich habe gehört, dass es Kaffee mit Evipan oder mit anderen Giftmitteln gewesen ist. Ja, hat Ihnen das Sikorski gesagt? Ja, wahrscheinlich Sikorski. Warschauin Sikorski. Wer hat an diesen Selektionen auf der Rampe außer den Ärzten? Oder zunächst eine Zwischenfrage. bei Diensthabenden Ärzte auch. Standen außer den Ärzten auch noch Zahnärzte oder Apotheker auf dieser Liste? Ja, hat er gesagt. Hat schon gesagt. Ja. Ja, und zwar hatten Sie vorhin gesagt, dass nicht nur Dr. Kapestus, sondern auch Dr. Frank auf dieser Liste stand? Oder wissen Sie das nicht mehr? Kann ich mich nicht mehr erinnern. Jedenfalls waren die Zahnärzte auch auf der Liste. Ja. Ob der Dr. Frank bestimmt, das kann ich nicht feststellen. Sie haben aber ausgesagt. Ein oder zweimal habe ich auch beobachtet, dass der Zahnarzt Dr. Frank offenbar, weil er die Massentransporte nicht mehr genügend Ärzte vorhanden waren, an Selektionen teilgenommen hat. Zur gleichen Zeit konnte ich auch feststellen, dass der Apotheker Dr. Kapestus drei oder viermal an Selektionen teilnahm. Während die oben erwähnten Ärzte fast alle ein eigenes Motorrad besaßen und damit nach Birkenau fuhren, fuhren Dr. Frank und Dr. Kapestus jeweils in einem Krankenwagen, da sie keine eigenen Fahrzeuge hatten. In diesem Krankenwagen befanden sich außerdem immer zwei bis drei Desinfektoren und so weiter. Also da haben Sie gesagt, Sie hätten gesehen, Sie hätten feststellen können, dass Dr. Frank, Sie haben beobachtet, dass der Zahnarzt Dr. Frank ebenfalls an Selektionen teilgenommen hat. Heute sagen Sie, Sie können das nicht mehr wissen. Also, wenn es um Dr. Frank geht, dann kann ich mich genau sagen, ich weiß, dass er zu den Sanitärkern in Birkenau fuhren. Das weiß ich sicher. Ja, was Dr. Frank an betrifft, kann ich mich nicht genau erinnern. Ich weiß nur ganz bestimmt, dass er nach Birkenau mit dem Sanitätswagen fuhren. Czy jego nazwisko było na liście? Dzisiaj sobie nie przypominam. Ob sein Name auf der Liste stand, daran kann ich mich heute auch nicht erinnern. Czy prawdopodobnie było, dlatego, dass wir alle Pracownicy, Oficerowie Służby Zdrowia waren? Wahrscheinlich ja, weil auf der Liste alle die Mitarbeiter des Gesundheitsdienstes dabei waren. Also, ich darf zusammenfassen. Sie wissen nicht, ob der Name des Dr. Frank auf der Liste stand. Sie wissen auch nicht, ob er auf der Rampe Selektion durchgeführt hat. Sie haben ihn aber gesehen, wie er mit dem Sanka, zusammen mit SDGs... Was hatte er für einen Ruf? Man hat ihn für ein schlimmste Kanalje gehalten im Lager. Haben Sie selbst gesehen, dass er Leute geprügelt hat? Sehr oft habe ich gesehen, wie er die Menschen schlug. Haben Sie auch gesehen, dass er Leute totgeschlagen hat? Das habe ich nicht gesehen. Haben Sie gesehen, dass er Leute besinnungslos geschlagen hat? Ich habe es gesehen, ich war Zeuge solcher Fälle. Und was geschah mit diesen Leuten, die er besinnungslos geschlagen hat? Niestety, nie wiem. Leider weiß ich nicht. Wissen Sie noch etwas von Kaduk? Ja, ich kann von Kaduk sagen, dass er Rapportführer war und dass er die Häftlinge geschlagen hat. Wir kamen aber nach den Appellen sehr spät zurück, sodass ich keine Gelegenheit hatte, ihn bei seiner Tätigkeit, beim Aufhängen oder bei anderen Exekutionen zu beobachten. Den Angeklagten Boga haben Sie auch gekannt? Ja. Er war ein paar Tage bei uns als Kranke im SS-Revier. Und außerdem arbeitete zuerst die politische Abteilung unten im Erdgeschoss bei uns im SS-Reviergebäude. Ja. Und was haben Sie da beobachtet? Ich habe oft gesehen, wie man aus dem Zimmer von Boga die geschlagenen Menschen ausgetragen hat. Aus dem Zimmer herausgetragen hat. Eines Tages rief mich Boga zu sich ins Zimmer und ich musste sein Zimmer desinfizieren, weil ein Häftling, den man ein paar Minuten vorher besinnungslos herausgeholt hat aus dem Zimmer, angeblich, wie er sagte, Flö hatte. Das ist alles, was ich über Boga zu sagen habe. Haben Sie diesen Häftling gesehen, den man da herausgetragen hat? Ja, das war, glaube ich, Kaczmarek. Das war ein Angehöriger des Dachdecker-Kommandos. Und was geschah mit Kaczmarek? Und umar. Er ist gestorben. Unmittelbar an den Folgen dieser Schläge? Tego nie mogę powiedzieć. Trudno mi powiedzieć. Das kann ich nicht sagen. Das ist mir schwer zu sagen. Und w Bunkse umar. Er ist im Bunker gestorben. Kann also auch dort erschossen worden sein. Nämlich. Ja. Sonst können Sie uns von Boga nichts sagen. Nichts. Nein. Nein. Sie haben da noch gesprochen von einem Aufstand an der Rampe in Birkenau, wobei es zu einer Schießerei gekommen ist, wobei der Unterscharführer Engelschall am Knie verwundet worden ist. Ja, ich habe das gehört. Das haben Sie gehört. Ja, ich habe nur gehört. Ich habe das nicht gesehen. Ich war nicht in Birkenau. Aber den Engelschall, den haben Sie nachher gesehen. Einen von diesen Unterscharführer, der verwundert wurde, habe ich gesehen, weil er bei uns ein paar Tage lag. Ja. Das war wahrscheinlich Engelschall oder wahrscheinlich Engelschall war das. Ja, ging nicht im Lager das Gerücht, der Engelschall sei totgeschossen worden? Zunächst. Nein. Nein. Eine Schindler wurde erschossen damals. Ja. Sie haben damals gesagt, ich habe den Engelschall selbst auf dem umgebauten Motorrad mit dem ausgestreckten Bein fahren sehen. Der Engelschall soll ein steifes Knie bekommen haben oder so irgendetwas und hat deshalb sein Motorrad umgebaut bekommen. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass einer von den damals angeschossenen SS-Männern, Engelschall oder Schindler, dass er danach auf einem besonders konstruierten und umgebauten Motorrad fahren musste, eben wegen seines durchgeschossenen Beines. Also Sie sagten damals, das sei Engelschall gewesen und sagten, an den Namen des getöteten SS-Manns kann ich mich nicht erinnern. Im Lager ging zunächst das Gerücht, um das Engelschall getötet worden sei. Da Engelschall auf der Rampe in Birkenau angeschossen wurde, hat er sicherlich auch bei den Selektionen auf der Rampe mitgewirkt. Also es interessiert mich nur zu wissen, ob Sie heute uns positiv sagen können, dass der Engelschall bei dieser Schießerei nicht getötet wurde. Leider kann ich das nicht sagen. Das wissen Sie heute nicht. Einer von Ihnen, also Engelschall oder Schindler, war getötet. Ja, ich habe keine Fragen mehr an den Zeugen. Herr Kulik, nochmal zurück zu dieser Vergasung im kleinen Krematorium. Wissen Sie, ob dort bei dieser Aktion auch der damalige Unterstrafführer teuer dabei war? Kann ich mich nicht erinnern. Können Sie nicht erinnern. Sie sagten, Kler haben Befehle erteilt. Wie sah das denn aus? Sie haben es nicht gehört. Ja, ich konnte nur aus seinen Bewegungen entnehmen, weil er so Bewegungen getan hatte und zeigte den SS-Männern, wohin sie gehen sollen. Daraus konnte ich entnehmen, dass er irgendwelche Befehle gab. Das Fenster war ja zu. Ich konnte nicht genau sehen. Ja, ja. Fragen noch? Bitte schön. Herr Zeuge, Sie sagten uns vorhin, dass die Schlüssel für den Aufbewahrungsraum von Zyklon B im alten Krematorium bei Capetius und Juracek gewesen seien. Wo wissen Sie das her? Und wo wissen Sie auch her, dass dort das Zyklon war? Wir haben das gesehen, weil in diesem Raum außer dem Zyklon andere Medikamente auch waren. Im alten Krematorium? Ja, da gab es Medikamente, die in großem Platz einnahmen, also Säcke mit Bolus Alba und mit Lignin. Und auch große Flaschen mit Dezinfektionsmitteln. Und daneben dran standen die Kasten mit dem Zyklon B. Soweit ich mich erinnere, da waren die Kisten mit Zyklon B im kleinen Raum rechts, wenn man in das alte Krematorium hineinging. Und dieser kleine Raum war nicht besonders abgeschlossen? Ich kann mich nicht erinnern. Und wenn Sie nun in diesen Raum gingen, wo die anderen Medikamente drin waren, wer ging da mit? Jedes Mal, wenn ein Häftling da hineingehen musste, um etwas hineinzubringen oder herauszuholen, ging ein SS-mann mit. Einige Zeit lang befanden sich auch dort eine Leichen von Wehrmachtsangehörigen, die in eine Zugkatastrophe umgekommen sind. Und dieser SS-mann schloss dann auf? Tak ist. Jawohl. Und woher wissen Sie, dass er sich einen Schlüssel bei Capetius holt und nicht etwa auf der Kommandantur? Er brachte die Schlüssel, aber woher? Und wer sie wieder zurückgebracht hat, weiß ich nicht. Woher wissen Sie nicht? Er hat die Schlüssel ganz bestimmt in der Apotheke. Jetzt was anderes. Woher kannten Sie den Doktor Lukas? Doktora Lukasza poznałem, kiedy pracował jako Lagerarzt i przychodził codziennie do Rewiru. Doktor Lukasza lernte ich kennen, als er als Lagerarzt tätig war und täglich aufs Revier kam. Każdy z Lekarzy musiał rano przychodzić do SS-Reviru, żeby podpisać Todesmeldungen. Jeder Arzt musste jeden Tag aufs SS-Revir kommen, um die Todesmeldungen zu unterschreiben. Und Doktor Lukasz kam auch. Sehr oft bereiteten wir auch ein Bad für Doktor Lukasz vor. Er badete auch bei uns. Aber er wohnte nicht da. Kann ich mich nicht erinnern. War er lange im Lager oder ging er bald wieder weg? Doktor Lukasz? Ja. Ich glaube, er war über ein Jahr. Und wer war denn damals Standort, als Doktor Lukasz da war? Standort war Doktor Wirz. Doktor Wirz. Doktor Wirz. Er war bis Ende des Lagers. Doktor Wirz war bis Ende des Lagers. Bis meinem Aufenthalt im Lager. Also das war bis Ende des Lagers. Und als Sie weggingen, war der Doktor Lukasz noch da oder war er schon weg? Kann ich mich nicht erinnern. Können Sie sich nicht erinnern? Nein. War er besonders auffällig? Es sind so viele Ärzte kamen und gingen weg. Bei meiner Arbeit im SSR waren über 20 Ärzte. Kannst du einen Doktor Klein? Ja, Doktor Klein. Erinnere mich. Er war zu Ihrer Zeit da? Ja. Aber nicht lange. Nicht lange? Nicht lange. Wissen Sie, ob er mit Doktor Carpetius befreundet war? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Jetzt etwas ganz anderes. Der Kaczmarek. Kannten Sie den näher oder kannten Sie den nur durch den Vorfall in der politischen Abteilung? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich kannte Kaczmarek. Ich kannte Kaczmarek. Wie ist er damit vor Name? Kann ich mich nicht erinnern. War er älder als Sie oder war er jünger als Sie? Er war älder. War er viel älder als Sie? Er war unterofficier in polnischen Tremat. War er viel älter als Sie? Welcher Jahrgang sind Sie? Sie sind 22. Ich bin 22. Er war wahrscheinlich von 13 oder 11. Jahrgang. Und wissen Sie zufällig, wann der Vorfall war, dass er gestorben ist? In welchem Jahr? Das kann ich mich nicht erinnern. War da bestimmt damals, als noch politische Abteilung im SS-Regiergebäude war. Also müsste es vor 1944 gewesen sein? Das war bis 1943. In 1944 die politische Abteilung zog um in eine Baracke hinter einem alten Krematorium. Wissen Sie, ob es 1943 war, ob es 1942 war? Ich glaube, das waren 1943 oder 1943. 1943 war es. Jetzt noch ein letztes. Die Zusatzverpflegung. Da hat der Herr Vorsitzende Sie gefragt. Wissen Sie denn überhaupt, wer die Zusatzverpflegung verteilt hat? Haben Sie die en bloc, verstehen Sie, im Ganzen geholt bei der SS-Küche oder haben Sie schon aufgeteilt geholt für die verschiedenen SS-Männer, die etwas bekamen? Das kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß bestimmt, dass die bei der Sonderaktion tätigen SSler, die bekamen die Sonderzulage. Ja, und wo wurde die nun einzeln verteilt? Auf dem SS-Revier? Sie hatten ja da auch eine kleine Küche. Oder auch in der SS-Küche selbst. Hier, 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 hier. Holten Sie sie portionenweise oder holten Sie sie im Ganzen, die Zusatzverpflegung? Das wissen Sie nicht. Und dann eine allerletzte Frage. Sie sagten uns, dass Sie dem einen SS-Mann, der da Medikamente in den Krankenbau schmuggelte, auch was dafür geben mussten. Wie war es für die Häftlinge möglich, an Gold und Dollars zu gelangen? Wir suchten unter den Medikamenten auch einige Wertgegenstände. Ach, wenn das oben auf dem Speicher asoziert wurde? Ja. Ja. Dankeschön, keine Fragen. Herr Kollege, können Sie angaben darüber machen, wann die Vergasungen im alten Krematorium begonnen und wann sie aufgehört haben dort, den Zeitraum. Das war in 1943 oder 1944. Das war in 1944. To się rozpoczęło przed południem. Ja sądzę, że Pan nie zrozumiał pytania. Es geht Ihnen doch im Allgemeinen. Ja, ja, im Allgemeinen. Tu chodzi nie o pojedynczy wypadek, tylko ogólnie. Czy Panu jest wiadomym, kiedy to miało miejsce w Starym Krematorium? Od, do, w jakim okresie czasu? W Starym Krematorium, nie wiem, ile by było wypadków gazowania. Ale w jakim okresie czasu one miały miejsce? Od, do, mniej więcej. Nie przypominam sobie. No, mniej więcej lata. 43, 43. Ja, ich kann mich schlecht erinnern, so ungefähr das Jahr 43. Natomiast często tam rozstrzyliwano ludzi. Aber oft hat man auch dort die Menschen erschossen. Ja. 1943 haben da die Vergasungen aufgehört im alten Krematorium. Kann ich das so verstehen? Czy tak można zrozumieć, że w 1943 roku skończyły się gazowania w Starym Krematorium? Kiedy to było, kiedy by było przeprowadzane? Skończono gazowania w Starym Krematorium z chwilą wygaszenia Starygo Krematorium. Ale kiedy to było, nie przypominam sobie. Die Vergasung im alten Krematorium endete damals, als das alte Krematorium aufgehört hat zu arbeiten. Aber ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich kann mich nicht erinnern, wann das gewesen ist. Können Sie sich erinnern, Herr Kulik, wann dieser Vorfall war, den Sie uns hier geschildert haben, mit dem angeklagten Kler, als der angeklagte Kler bei dieser Vergasung von den 200, 300 Menschen vom Sonderkommando beteiligt war. Wann war das? Ich glaube, war das am Ende 43 oder am Anfang 44. Herr Rechstmann-Aumann. Herr Zeuge, Sie waren der Kapo dieses Kommandos SS-Revier und haben vorhin gesagt, dass Ihnen die ganzen Häftlinge unterstellt waren, bis auf die Zahnstation. Nein, nein, zahnstation nicht. Bis auf die, to znaczy Zabryonckie. Ja. Zabryonckie. Ja, ja. Wissen Sie, wer der Kapo des Kommandos, gab es da einen besonderen Kapo für die Zahnstation? Das war ein kleines Kommando. Sie hatten keinen Kapo, Sie hatten einen sogenannten Vorarbeiterleben. Wissen Sie, können Sie sich erinnern, wer das war? Dzisiaj, wenn ich mich nicht erinnern, das war ein leker, ein dentyster aus Tarnow. Heute kann ich mich nicht erinnern. Das war irgendein zahnarzt aus Tarnow. Sagten Sie nicht einen Namen? Nein, einen Namen kann ich mich nicht erinnern. Ein zahnarzt aus Tarnow. Ah, Prakern. Die Häftlinge, die in der Apotheke gearbeitet haben, die haben zu ihrem Kommando gehört. Die Häftlinge, die in der Apotheke tätig waren, hatten auch ihren eigenen Vorarbeiter. Das war Sikorski. Aber nominell waren sie auch mir unterstellt. Wie viele Häftlinge haben dort gearbeitet in der Apotheke? 11 bis 15. Wissen Sie noch Namen von denen? Einige. Bitte. Sikorski, Prokop, Schäfczyk, Strauss, Merlich. Danke. Wo hatten Sie Ihren Platz im SS-Revier? Also, drei Häftlinge arbeiteten direkt in der SS-Apotheke. Also, in diesem Raum, sagen wir so, war ein Laden. Und die anderen, die arbeiteten auf dem Boden. Verzeihen, Herr Zeuge, wo hatten Sie, Sie, ausgeschrieben, Ihren Platz als Kapo? Als Kapo hatte ich keinen Platz. Ich musste merken, dass alles sauber ist, dass Mittagessen auf Zeit gebracht wird und so weiter. Haben Sie selbst einmal beobachtet, wie diese Wertsachenkiste geöffnet wurde und von wem? Tego nie widziałem. Das habe ich nicht gesehen. Haben Sie selbst diese Liste gesehen der Diensthabenden Sanitätsführer und wissen Sie, wer sie aufgestellt hat? Pan sam widział tę Listę Sanitariuszy i członków Służby Zdrowia, które mieli dyżur. I czy wiadomym Panu jest, kto tę Listę organizował? Listy SDG nie widziałem. Widziałem Listę Oficerów Służby Zdrowia. Listę tę sporządzał na maszynie. O ile sobie przypominam, Unterscharfier Richter albo Unterscharfier Jambor, o którym wiem, że był nauczycielem zawodu, na polecenie Ontla. Ontla. Ontl. Ontl. Ja, eine Liste von SDGs, so eine habe ich nie gesehen. Ich habe nur Liste von den Ärzten gesehen und diese Liste wurde mit der Schreibmaschine von den Unterscharfier Richter und Jambor aufgestellt. Vom Jambor weiß ich, dass er Lehrer von Beruf gewesen ist. Und zwar haben sie das getan auf Befehl von Ontl. Wissen Sie, ob jeweils für einen Tag oder für zwölf Stunden, für 24 Stunden ein Arzt eingeteilt war? Wie war das? O ile sobie przypominam, to była służba dwunasto albo ośmiogodzinna. Soweit ich mich erinnern kann, war das ein Dienst, der zwölf oder acht Stunden dauerte. Es ist hier von einigen Angeklagten behauptet worden, dass Zahnärzte und Apotheker nur als Ersatzmänner eingeteilt waren. Waren die, nachdem die Ungarn-Transporte einsetzten, als richtige Ärzte eingeteilt oder nur für den Fall, dass der Arzt ausfiel? Die Liste wurden aufgestellt eine Woche im Voraus oder vier Tage, also vier Tage bis eine Woche im Voraus. Und dort wurden planmäßig die Namen genannt, und zwar nicht nur von den Ärzten, von Ärzten der Medizin, sondern auch von Zahnärzten und Pharmazeuten. Also nicht nur als Ersatzmänner, sondern regelrecht als Diensthundearzt. Ja, resumiert. Na liście byli jako diensthabende Ärzte. Auf der Liste befanden sich und wurden geführt als diensthabende Ärzte. Jeweils allein oder zusammen mit einem Zweiten? Bili pojedin schon. Sie waren einzeln, allein. Bitteschön. Noch letzte Frage. Sie waren ja selbst Kapo. Kannten Sie eine Anzahl der anderen Kapos im Stammlager? Czy pan był Kapo? Pan znał też innych Kapo, którzy byli w oboje? Ja. Kannten Sie den Kapo des Kommandos Neubau Kral? Czy znał pan Kapo? Tak znałem Krala. Ja, ich kannte Kral. Was für einen Ruf hat er gehabt? Ja, konfiniere. On był uważany za porządniego człowieka. Man hielt ihn für einen anständigen Menschen. Ist Ihnen etwas davon bekannt, dass er ein Schläger war, wie hier von einigen Zeugen aus der Bandera-Kruppe erzählt worden? Ich habe nicht gehört, dass Kral heftig geschlagen hätte und ich habe es auch nie gesehen. Sind Ihnen die Differenzen zwischen der Bandera-Kruppe und der polnischen Gruppe bekannt geworden? Ich habe selbst mit einem Angehörigen der Bandera-Kruppe in der SS-Küche gearbeitet. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß. Ich kenne nur seinen Vornamen. Mit Vornamen hieß er Franek. Es war allgemein bekannt, dass es Menschen waren, die mit der politischen Abteilung mitarbeiten. Und alle Häftlinge waren daran bedacht, nicht in Kontakt, nicht in einer Verbindung mit den Bandera-Kruppeangehörigen zusammenzukommen. Danke schön. Keine weiteren Fragen. Herr Zeuge, Sie haben vorhin berichtet, dass das Zyklon B im alten Krematorium und im Theatergebäude und nach Ihrer Erinnerung auch, seitdem Sie gehört, in Bergenau gelegen haben soll. Können Sie sagen, bis wann das Zyklon B im alten Krematorium gelagert war? Kann ich mich nicht erinnern. Ist es richtig, dass nachdem das Zyklon B im Theatergebäude gelagert wurde, im alten Krematorium kein Zyklon B mehr war? Oder können Sie darüber nichts aussagen? Nein, kann ich nicht sagen. Können Sie nichts aussagen. Ist es richtig, dass im Jahr 1944 Zyklon B nicht mehr im alten Krematorium gelagert war? Ja, ich glaube, das war bis die Hälfte 1944. Bis die Hälfte 1944, meinen Sie, sei es noch gelagert? Ja, sogar ich mich erinnern kann. Ja, waren Sie noch im Jahr 1944 im alten Krematorium in dem Raum, den Sie vorhin geschildert haben? Ja, ich war. Ja, lag. Können Sie sich erinnern, ob da noch? Ich glaube, dass die Kisten mit Zyklon B waren noch da drin. Das glauben Sie? Ja, gut. Weitere Frage. Als das Zyklon B nach Ihrer Darstellung von dem angeklagten Kleer abgeholt worden ist in der Apotheke einschließlich des Phenols, bis zu welchem Jahr war das, als Sie es gesehen haben? Das Phenol wurde bis zum Schluss eigentlich dort auch bewahrt. Das ist doch ein Karbol. Das war auch für desinfektionszwecke gebraucht. Richtig. Sie können aber nicht sagen, welche Art von Phenol es war, das von Kleer abgeholt wurde. Das weiß ich. Das wissen Sie nicht. Haben Sie mal gesehen, Sie haben vorhin berichtet, dass Sie gesehen haben, wie Dr. Carpetius mit einem Sankar rausgefahren ist. Der hat sich vorne hingesetzt nach Ihrer Darstellung. Haben Sie vorher gesehen, wie in diesen Sankar Zyklon B eingeladen wurde? Ja, das habe ich gesehen. War der Dr. Carpetius da dabei? Beim Eileiden nicht, aber er schadet es einen Tag. Er stieg dann ein. Stieg dann ein. Dankeschön. Herr Rechstmann, Dr. Reinhard. Sie haben heute auf die Frage des Herrn Vorsitzenden, ob Sie öfters gesehen hätten, dass der Kaduk Häftlinge geschlagen hätte, bis sie besinnungslos gewesen wären. Ja, es ist schwer jetzt die Fälle zu sagen. Sie haben gesagt, dass der Kaduk Häftlinge geschlagen hat, bis sie besinnungslos waren. Ja, es ist schwer jetzt die Fälle zu zählen, die ich ja beobachtet und gesehen habe. Aber ich habe es gesehen, wie er geschlagen hat und ich selbst habe auch von ihm ein paar Mal bekommen. Ja, aber immerhin es ist ein Unterschied, ob ich sage sehr oft oder ein paar Mal. Das ist eine Unterschiede. Bardzo często. Wtedy, als ich noch in der Oboze habe, habe ich oft Kaduk geschlagen gesehen. Und nachdem er auf dem SS-Revier gearbeitet hat, dann kamen wir spät ins Lager zurück und hatten schon keine Berührung mehr mit Kaduk. Das heißt also, er hat es nicht mehr gesehen, oder wie, nicht? Już od 43. roku to już nie widziałem. Seit 44. habe ich es nicht mehr gesehen. Sonst noch eine Frage zu stellen. Herr Röchstmann, Dr. Stolling, zwei. Herr Gulig, erinnern Sie sich daran, dass Sie im Oktober 1959 drei Tage hintereinander von Staatsanwälten vernommen wurden? Nichts im Niedusweshaften. 59. 59. Czy man sich przypomina o tym, dass ein paar Tage unter Rund w październiku 59. roku wurde man przesunschiwany przez Prokurator? Przypomina, absolut. Ja, das ist erinnern. Können Sie sich auch daran erinnern, dass Sie hinterher Ihre Aussagen von einem Richter beschworen haben? Czy może Pan przypomnie, dass Pan potem przesunschiwał na swoje zesnanie przed sändią? Tak, przypominam się. Przed sändią. Sind Sie bei Ihren Vernehmungen durch die Staatsanwälte darauf hingewiesen worden, dass Sie alles berichten sollen, was Sie über SS-Dienst gerade Ärzte, Zahnärzte, Apotheke des Lagers Auschwitz wissen? Czy Pan wówczas przez Prokuratorów, że został Pan wówczas przez Prokuratorów pouczony o tym, że ma Pan mówić wszystko, co Pan jest świadomym o członkach służby zdrowia w obozie, o lekarzach, apothekerach? Tak, jetzt widerspreche diese Frage. Die Frage ist schon beantwortet, Herr Staatsanwalt. Außerdem ist kein Grund dafür da. Haben Sie dann daraufhin die Namen der Ärzte auch alle genannt, die Ihnen in Erinnerung waren? Czy Pan wówczas wyliczył wszystkie nazwiska lekarzy, o których Pan pamiętał wówczas? Trudno mi powiedzieć, czy prawdopodobnie wówczas wymieniłem te wszystkie nazwiska, które pamiętałem. Ja, es ist mir schwer zu sagen. Wahrscheinlich habe ich damals die alle namen genannt, an die ich mich damals erinnern konnte. Und wie erklären Sie sich dann, dass Sie damals den Namen Dr. Lukas nicht genannt haben, während Sie ihn heute in der Hauptverhandlung genannt haben? Po prostu dlatego, że to nazwisko mi jakoś nie przyszło na myśl. W tej chwili, skoro nazwisko padło, nazwisko sobie przypomniałem. Jeśli mnie ktoś dzisiaj zapyta o kilka innych nazwisk lekarzy, którzy byli, o których nie pamiętam, to sobie nazwisko przypomnę. Weil ich damals an ihn nicht gedacht habe. Heute fiel der Name, und dann erinnerte ich mich daran. Wenn Sie mir jetzt einige andere Namen von den Ärzten nennen, an die ich im Moment mich nicht erinnern kann, werde ich mich auch an Sie erinnern. Sind Sie damals von den vernehmenden Staatsanwälten nicht nach dem Namen Dr. Lukas gefragt worden? Wówczas Pana Prokuratorzy, który Pana przesłuchywali, nie pytali się o Dr. Lukas? Nie przypominam sobie. Chyba nie. Ich erinnere mich nicht daran. Danke sehr. Ich denke, nein. Herr Rechstmann-Naumann. Herr Zeuge, Sie sagten, was den angeklagten Handel angeht vorhin. Ich habe gehört, dass er an den Absprätzen der Häftlinge teilgenommen hat. Können Sie mir sagen, von wem Sie das gehört haben? Od więźniów, którzy pracowali na krankenbau. Von den Häftlingen, die auf dem Krankenbau tätig waren. Können Sie sagen, wann Sie das gehört haben? Kiedy panfuschauertem? To było w 1944 albo w 1943 roku. Das war 1944. Nein, 1943 war das. 1943. Habe ich richtig verstanden. So glaube ich. Nun sagen Sie, Herr Zeuge, auch hier haben Sie bei der Vernehmung vor Jahren nichts davon gesagt. Sie haben damals gesagt, Führer des Furierkommandos war der SS-Sturmmann und spätere Rottenführer Handel. Er wurde später SDG in einem Außenlager. Das ist alles, was Sie hinsichtlich des Angeklagten Handel damals gesagt haben. Sie haben zu nicht einmal gesagt, dass er SDG im Stammlager war, sodass man den aus Ihrer damaligen Außenlager schießen musste. Sie wussten das gar nicht. Haben Sie denn gewusst, damals gewusst, dass der Handel SDG im Stammlager war bei Ihrer Vernehmung? Ja, ich habe gewusst, dass er SDG war, aber dadurch, dass ich selbst nichts von seiner Tätigkeit gesehen habe, war ich der Meinung, dass ich die Zeit von den Staatsanwälten nicht damit belasten soll, was ich gehört habe. Na ja, hier haben Sie doch immerhin für zweckmäßig gehalten. Auf die Frage. Dankeschön. Herr Riesma-Könner. Ich habe nur eine einzige Frage. Herr Zeuge, bei der vorhin zitierten Vernehmung aus dem Jahre 1959 haben Sie den von Ihnen geschilderten Vorfall, Claire, am alten Krematorium, haben Sie ausdrücklich gesagt, zeitlich kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, es muss Ende 1942, Anfang 1943 gewesen sein. Dem Herrn Staatsanwalt Dr. Kügler haben Sie vorhin gesagt, auf die gleiche Frage, es war Ende 1943 oder Anfang 1944. Welche dieser beiden Versionen ist nun richtig? Das war es 20 Jahre vorher. Die Frage ist anders gewesen. Ja, so ist mir das auch nicht in Erinnerung. Entschuldigen Sie bitte, darf ich, Herr Rechtsanwalt, Ihnen die Frage wiederholen. Herr Staatsanwalt hat gefragt, in welchem Zeitraum die Vergasungen im alten Krematorium stattfanden, begonnen und beendet wurden. Das war die Ausgangsfrage, Herr Direktor, die der Staatsanwalt Dr. Kügler stellte. Die Ausgangsfrage war das. Da steht ja doch fest, dass Vergasungen im alten Krematorium auf keinen Fall mehr 1944 stattfanden. Eben. Das ist ausgeschlossen. Eben. Und dann fragte Herr Staatsanwalt, nun wann war denn der Vorfall Claire, sagte er ausdrücklich Claire, an dem er beteiligt war. Und darauf antwortete er wieder, zeitlich kann ich mich nicht mehr erinnern, es könnte Ende 1943, Anfang 1944 gewesen sein. Nun bitte ich den Zeugen fragen zu dürfen, ist die damalige Erinnerung nicht kürzer gewesen, die war ja immerhin vor fünf Jahren, also nach dem Vorfall nach 15 Jahren. Also, Herr Rechtsanwalt, erstens, hat der Zeug... Blatt 2391 ist es, Herr Direktor. Bitte? Blatt 2391 ist es, letzter Absatz. Erstens, sagten Sie eben selbst, es ist allgemein bekannt, dass 1944 gar keine Vergasungen mehr im alten Krematorium stattfanden. Zweitens, hat der Zeuge gesagt, ich habe aber gesehen, wie der Claire dabei stand, als Vergasungen vorgekommen sind. Also kann diese Vergasung, die er uns geschildert hat, nicht 44 stattgefunden haben, sondern sie muss 43 stattgefunden haben, als damals noch Vergasungen im alten Krematorium stattfanden. Drittens, hat er bei seiner Vernehmung vor dem Staatsanwalt Vogel und Küchler gesagt, etwa im Herbst 1942 oder Frühjahr 1943. Den genauen Zeitpunkt weiß ich nicht mehr, beobachte ich aus dem ersten Stock und so weiter. Stimmt das, wollen Sie das heute auch so sagen? Ja. Ja. Der Herr Rechtsanwalt, fertig. Eine einzige Frage, Herr Zeuge, hat der Antiklacht der Kleer damals bei der Vergasung im alten Krematorium wie die anderen Desinfektoren auch eine Gasmaske aufgehabt? Czy miał też Maske Gasową, tak jak inni Desinfektorzy? Nie przypominam sobie, zresztą Maske Gasowe zakładano tylko w tym momencie, kiedy otwierano Puschki. Daran kann ich mich nicht erinnern. Übrigens, die Gasmaske, die nahm man erst in dem Augenblick, in dem die Dosen geöffnet wurden. Dankeschön. Der Herr Rechtsanwalt, Schallock. Herr Zeuge, war der angeklagte Boga im SS-Krankenrevier als bettlägerig kranker? Ja. Haben Sie ihn dort gesehen? Ja. Im Bett? Ich glaube, ja. Sie glauben, ja. Ja oder nein? Ich erinner mich das der Akranken paar Tage bei uns war. Nur ein paar Tage. Wann war das? Kanisch mich nicht erinnern. Nein, wenigstens das ja. Kanisch mich nicht erinnern. Kanisch mich nicht erinnern. Oder haben Sie ihn dort erst kennengelernt? Czy pan go poprzednio już znał, czy pan go tam dopiero poznał? O Bogera poznałem od początku, jak pracował w politycznym oddziale. To był znana postać w obozie. Borger lernte ich kennen eigentlich von dem Tag an, in dem er angefangen hat in der politischen Abteilung zu arbeiten. Es war eine bekannte persönlichkeit im lager. Ja, Sie kanten ihn also schon, als er in das Krankenrevier eingeliefert wurde. Ja, on poprzednio, jak przyszedł. Pracował na dole, przecież. Ja, auch schon vorher, weil er doch unten gearbeitet hat. Ja, das ist ja jetzt klar. Herr Zeuge, Sie sprachen von dem Unterscharführer Engelschall. Von wann an etwa haben Sie den Herrn Engelschall gekannt? Engelschall był zdać arbeitdienstführer. Engelschall, glaube ich, war Arbeitsdienstführer. Albo Rapportführer. Oder Rapportführer. Und wann geht Ihre früheste Erinnerung an Engelschall zurück? Od kiedy Pan zaczyna sobie przypominąć Engelschall? Kann ich mich nicht erinnern. Haben Sie ihn als Blockführer kennengelernt? On nie był Blockführerem. Er war kein Blockführer. Ich bitte das Gericht, sich das gut zu merken. Er war kein Blockführer. Ich bitte das zu protokollieren. Ja, wieso wissen Sie das, dass er kein Blockführer war? Nein, ja, ich nicht erinnere mich nicht an ihn als Blockführer. Ich erinnere mich an ihn als Arbeitsdienstführer oder Rapportführer. Ja, das entspricht den Aussagen Engelschall, die sich in den Ermittlungsakten befinden. Aber ich bitte Sie, ins Protokoll aufzunehmen, weil es darauf vielleicht ankommt. Ja, ich weiß gar nicht, warum, Herr Rechtsanwalt. Dieser Zeuge konnte ja doch als Häftling und selbst als Kapo nicht sämtliche Blockführer des Lagers kennen. Er hat aber den Engelschall gekannt. Er hat ihn gekannt, als er Rapportführer oder Arbeitsdienstführer war vorher. War vielleicht der Engelschall Blockführer gewesen. Der Engelschall sagt, er war stets bei der Verwaltung einer der... Na, also um die Sache abzukürzen, wollen wir uns ins Protokoll nehmen. Schreiben Sie bitte hinein. Ich habe den SS-Mann oder SS-Unterscharführer. Wissen Sie, ob er Unterscharführer war? Also SS-Mann. Der Albo-Unterscharführer, der Albo-Oberscharführer. Entweder Unterscharführer oder Oberscharführer. Dass es man Engelschall, der Unterscharführer oder Oberscharführer war, nur in seiner Eigenschaft als Arbeitsdienstführer oder Rapportführer gekannt. In Erinnerung. In Erinnerung. In Erinnerung. Dass er Blockführer gewesen sein soll, daran kann ich mich nicht erinnern. Eine weitere Frage. Moment, das muss erst vorgelesen werden. Da geht es. Ja, das wurde verstanden. Ja, bitte schön. Ich habe den SS-Mann Engelschall als Unterscharführer oder Oberscharführer, der Unterscharführer war, nur in seiner Eigenschaft als Arbeitsdienstführer oder Rapportführer in Erinnerung. Ja, ja, das verstehe. Ja, ich verstehe alles. Der Unterscharführer, der Unterscharführer, der Unterscharführer, der Unterscharführer war, nur in seiner Eigenschaft als Arbeitsdienstführer oder Rapportführer in Erinnerung. Eine weitere Frage. Sie sprachen davon, dass Sie in Ihrem Kommando mit einem Ukrainer, der wohl Mitglied der Bandera-Gruppe gewesen sei, zusammengearbeitet hätten. Können Sie noch ungefähr sagen, wann das war? Ich habe mit den Angehörigen der Bandera-Gruppe in der SS-Küche im Jahre 1942 gearbeitet. Ungefähr Frühjahr oder Spätsommer. Das kann ich nicht mehr erinnern. Wissen Sie nicht mehr. Eine dritte Frage. Haben Sie einen Häftling, Isaac Czawacz, der stark oder so ähnlich, ich kann kein Polnisch, Czawacz, gekannt? Nein. Haben Sie von ihm gehört? Nein. Danke schön. Eine letzte Frage. Sie haben eben als Zeuge hier ausgesagt, in der nächsten Woche würde hier der Zeuge Sikorski aussagen müssen. Ja. Woher wissen Sie das? Ich habe davon in dem Passbüro, als ich meinen Pass beantragte, davon erfahren. Danke schön. Sind an den Zeugen Fragen von Seiten der Angeklagten zu stellen oder Erklärungen abzugeben? Nein. Herr Zeuge, Sie müssten das, was Sie gesagt haben, beeiligen. Können Sie das mit gutem Gewissen beschwören? Das nicht gesehen, sondern gehört haben. Gehört haben. Das hat er schon beantwortet vorhin, ja. Da möchte ich eben aber einen Vorhalt machen, dass der Handgeld später, wie Sie damals gesagt haben, in Außenlagern, die dann auch in dem Protokoll genannt sind, gewesen sein soll. Haben Sie das denn gesehen? Haben Sie das denn irgendwie offiziell zur Kenntnis bekommen? Das können Sie doch auch nur gehört haben, auf meinem Dafürhalten. Ist das damit? Ich bitte hier nicht zu frühstücken. Es ist hier kein frühstücksraum, dafür ist unten die Kanteine da. Bitte? Ja. Bitteschön. Was Handel überhaupt in den Unterlagern tat, das habe ich ja auch nicht gehört. Ich habe nur lediglich das gehört, was er im Stammlager tun sollte. Und das habe ich Ihnen nicht vorgehalten, sondern das ist ganz anderes. Ich habe Ihnen vorgehalten, dass Sie damals gesagt haben, Handel wurde später SDG in einem Außenlager. Und Sie sagen, ich habe damals nichts erklärt, was ich nur gehört habe, weil ich der Meinung war, das interessiere nicht. Ja. Poprzednio Pan powiedział, że w swoim zeznaniu, podczas dochodzenia, że Handel był SDG w jednym z podobozów. Tak. I teraz, dzisiaj Pan powiada, że Pan nie może o nim nic powiedzieć, nie mógł Pan wtedy o nim nic powiedzieć, dlatego, że to były rzeczy, które Pan nie widział, a tylko słyszał. Więc pytanie idzie w tym kierunku, czy może Pan też tylko słyszał o tym, że on był SDG w jednym z podobozów? Że on był SDG w podobozach, to wiem, bo przyjeżdżał i fasował lekarstwa do tego podobozu. Że on był SDG w jednym z podobozów, jest mi bekannt, dlatego, że to nas przyjeżdżał i z podobozów w jednym z podobozów w jednym z podobozów w jednym z podobozów. Herr Zeuge, was Sie jetzt noch ausgesagt haben, gilt noch durch Ihren Eid beschworen. Das heißt, Sie nehmen das auf Ihrem bereits geleisteten Eid. Das ist so anzusehen, als ob Sie jetzt erneut beeidigt worden wären. To, co Pan w tej chwili powiedział, dotyczy jeszcze Pana Przysięgi, z podobozów w jednym z podobozów. Ja, tak, tak. Und nun sind Sie wieder entlassen. Ich danke schön. ...stellen wollte, und den ich aber heute nach reiflicher Überlegung nun dem Gericht vortragen möchte. Es ist der Antrag, als Teil der Beweisaufnahme eine Besichtigung des Tatortes Auschwitz, einschließlich Birgenau und Monowitz, vorzunehmen. Ich darf diesen Antrag ganz kurz begründen. Der bisherige Verhandlungsablauf hat gezeigt, wie erwünscht eine Ortsbesichtigung im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz wäre. Ich darf erinnern an diese Einzeltatorte, Kommandanturgebäude, politische Abteilung, Standortarzt, SS-Apotheke, Schutzhaftlagerführung, Blockführerstube, Unterkünfte der Stabskompanie und der Fahrbereitschaft, Block 11, Schwarzwand, die verschiedenen Blöcke des HKB, das Theatergebäude, die Kiesgruben, Theresienstedder Familienlager, Zigeunerlager, Effektenlager Kanada, die Galgen bei der Küche, das alte Krematorium, die neuen Vergasungsanlagen und Krematorien und insbesondere die alte und die neue Rambe, die hier immer wieder vor uns auftauchen. An Ort und Stelle könnten insbesondere überprüft werden die Entfernungen zum Stacheldraht, die Lagerstraße, die Einsichts- und Beobachtungsmöglichkeiten. Noch so präzise Zeugenaussagen, noch so gute Skizzen und Schaubilder können den persönlichen Eindruck nicht ersetzen. Deshalb machen ja auch die Gerichte in Kapitalverbrechenssachen in aller Regel von der Möglichkeit eines Augenscheins am Orte des Verbrechens Gebrauch. Um wie viel mehr sollte das im Auschwitz-Prozess der Fall sein, und zwar im Interesse aller Prozessbeteiligten. Über die meinem Antrag entgegenstehenden rechtlichen, tatsächlichen, technischen und vielleicht auch politischen Schwierigkeiten bin ich mir im Klaren. Gleichwohl bin ich der Meinung, dass diese Schwierigkeiten bei gutem Willen auf deutscher und auf polnischer Seite überwunden werden können. Glauben Sie mir noch einmal, dass ich diesen Antrag nur nach reiflicher Überlegung und insbesondere, dass ich ihn nicht ins Blaue hineinstelle. Mit dem Beauftragten der polnischen Regierung habe ich eingehende Verhandlungen geführt und ich bin in der Lage, dem Gericht in der Anlage eine sehr weitgehende Vollmacht des Herrn polnischen Justizministers für diesen Beauftragten im Original und in deutscher Übersetzung zu überreichen. Aus dieser Vollmacht ergibt sich, in Verbindung mit einem weiter beigefügten Schreiben, in welchem Umfang die polnische Regierung zu Zugeständnissen bereit ist, meines Erachtens liegt es an diesem Schwurgericht und an dem für eine etwaige Genehmigung zuständigen deutschen Stellen, dem gestellten Antrag im Interesse der Wahrheitsfindung zu entsprechen und für seine baldige Durchführung Sorge zu tragen. Herr Rechtsanwalt, bevor dazu Stellung genommen wird, möchte ich Sie bitten, mir doch zunächst einmal zu sagen, wie Sie eine solche Amtshandlung eines deutschen Gerichts in Polen ermöglichen wollten. Sehen Sie, die Souveränität eines Staates erstreckt sich ja, wie Sie wissen, auch auf die Gerichtsbarkeit. Ich darf als deutscher Richter in einem anderen Lande keine Souveränitätsrechte ausüben. Wir haben zwar schon ab und zu im Ausland Zeugen vernommen. Das heißt, die Zeugenvernehmung erfolgte durch den dortigen Richter, der Collegialiter, dem hiesigen Richter gestattete, Fragen zu stellen oder Hinweise zu geben, die dann der ausländische Richter zu Protokoll nahm. Aber die Souveränität des ausländischen Staates würde verletzt, wenn wir eine Augenscheinseinnahme einnehmen würden, denn der Augenschein müsste ja von uns genommen werden. Und es würde nicht genügen, wenn der ausländische Richter diesen Augenschein für uns einnehmen würde. Das sind meines Erachtens die Hauptbedenken, die zunächst einmal auftauchen. Es gibt da noch eine Reihe weiterer Bedenken, die ich jetzt in diesem Zusammenhang nicht anschneiden möchte. Herr Vorsitzender, dürfte ich Sie in Beantwortung dieses Hinweises vielleicht bitten, mein Schreiben an den Bevollmächtigten der polnischen Regierung vom 3. Februar 1964 zu verlesen und die Vollmacht, die daraufhin vom polnischen Justizminister dem Bevollmächtigten erteilt worden ist. Sie werden daraus ersehen, dass schon sehr ins Einzel gehende Fragen erörtert worden sind und dass die polnische Regierung in voller Kenntnis dieses Umstandes, auch was sie im Hinblick auf Souveränitätsrechte eben ausgeführt haben, ihn bevollmächtigt hat, diesen Dingen zuzustimmen und dass diese ein etwaiger Antrag des Gerichts einen solchen Augenschein in Auschwitz vorzunehmen auf wohlwollende Behandlung und Unterstützung seitens der polnischen Regierung und des hier zuständigen Justizministers stoßen wird. Na, haben Sie Ihren Antrag? Ich wollte nichts weiteres vortragen, sondern nur sagen, diese Bedenken werden durch diese beiden Scheiben meines Erachtens zu einem erheblichen Teil behoben werden. Herr Vorsitzender, nur ganz kurz. Das, was sofort bei der Antragstellung einem Zuhören, einem juristisch geschulten Zuhörer in die Augen sprang, war die Tatsache, dass damit beantragt worden ist, wie gerade der Herr Vorsitzende des Spurgerichts bereits hervorgehoben hat, dass die Amtshandlungen der inländischen Gerichte an den Grenzen ihr Ende finden. Und selbst wenn, und das ist eine Antwort auf die letzte Erwägung oder die letzte Äußerung des Nebenklägervertreters, selbst wenn die polnische Regierung damit einverstanden wäre, dass ein deutsches Gericht Amtshandlungen, also die Einnahme des Augenscheins außerhalb seiner Grenzen vornimmt, so würden auch dagegen grundsätzliche Bedenken bestehen. Es ist eben von Amts wegen gleich viel, ob eine Einwilligung vorhanden ist eines anderen Staates oder nicht, ist die Achtung der Souveränität einer der fundamentalen Grundsätze im Völkerrecht. Denn auf solche Fragen greift es über. Und selbst wenn die Zustimmung vorlege, so könnte die Amtshandlung gleichwohl nicht vorgenommen werden. Herr Vorsitzender, ich darf vielleicht noch etwas anfügen. Wenn von Seiten der Verteidigung oder von mir ein solcher Antrag gestellt worden wäre, dann hätte der Nebenklägervertreter, wie er das schon häufig auch zu Beginn des Prozesses getan hat, erklärt, dass dieser Antrag zur Prozessverschleppung gestellt ist. Ich beantrage diesen Antrag zurückzuweisen. Wird sonst noch das Wort zu diesem Antrag gewünscht? Herr Reißenwald-Schallock. Ich beantrage dem Antrag des Herrn Rechtsanwalts Baumann zuzustimmen. Ich halte es für sehr wesentlich, dass wir alle Prozessbeteiligten die Örtlichkeiten kennenlernen. Der Einwand, dass es Souveränitätsrechte verletzen könnte, ist nicht schlüssig. Denn ein Souveränitätsrecht kann ja dann nur verletzt werden, wenn die polnische Regierung dagegen wäre. Wenn aber die polnische Regierung zustimmt, würde sich das ermöglichen lassen. Ja, Herr Reißenwald-Schallock, dann müssten wir ja in diesem Augenblick polnische Richter sein. Nein. Indem wir nämlich die polnische Souveränität wahrnehmen würden. Jedenfalls so ist meine Seduktion. Die Beweisaufnahme, die dort erfolgt, ist lediglich eine Augenscheinsaufnahme. Es wird kein Zeuge verdommen, es wird kein Hoheitsrecht ausgeübt. Das ist doch ein richterlicher Akt. Es ist zweifellos ein richterlicher Akt, aber es entspricht einem modernen Rechtsdenken, diese Möglichkeiten zu schaffen. Und ich bitte, einen Weg zu suchen, dass diese Möglichkeiten gefunden werden. Das moderne Rechtsdenken verlangt es, dass die Souveränität auf alle Fälle geachtet wird. Gerade die Achtung der Souveränität ist eben eine der Säulen für die Aufrechterhaltung des Friedens. Und es ist uns ja bekannt, dass zum Beispiel einmal von Seiten Frankreichs und einmal von Seiten Israel die Souveränität sowohl Argentinien gegenüber als auch Frankreich, Deutschland gegenüber gebrochen worden ist. Das ist etwas, das ist zweifellos ein Rechtsbruch. Und man muss jedem Rechtsbruch im Interesse des Friedens gegenübertreten. Und das beginnt schon bei solchen Dingen. Wo sind dann die Grenzen? Die Grenze ist eben absolut. Und die muss geachtet werden, selbst bei Zustimmung eines anderen Staates kann der Staat, zum Beispiel die Bundesrepublik, niemals gestatten und wird es auch nicht tun, dass richterliche Handlungen auf ausländischem Boden vorgenommen werden. Denn auf dem ausländischen Boden kann nur derjenige richterliche Hoheit ausüben, der Inhaber der Souveränität ist. Das sind also Grundsätze des Völkerrechts, die also überhaupt nicht bestreitbar sind. Und ich muss sagen, dass ich mich sehr wundere und ich bringe das auch zum Ausdruck, dass von Seiten der Verteidigung eine solche Auffassung vertreten wird. Nun ja, bitte schön. Ich möchte dazu noch einen Satz sagen. Ich weiß nicht, warum einer der Verteidiger hier päpstlicher als der Papst sein will. Denn es ist ja zweifellos so, dass die polnische Regierung damit einverstanden wäre. Ich möchte nur den einen Satz aus dieser Vollmacht hier verlesen, in dem gesagt wird, die Rücksicht auf das Wohl der Wahrheitsfindung und das Interesse an dieser veranlassend die Regierung der Volksrepublik Polen, ihre Bereitschaft zu erklären, auch die Einzelpunkte des oben erwähnten Schreibens des Herrn Rechtsanwalt Ormond so zu erledigen, dass bei Wahrnehmung der Interessen der beteiligten Parteien die Durchführung des Lokalaugenscheins ermöglicht wird. Das ist die Haltung, aus der heraus Polen in dieser Sache entscheidet und meines Erachtens dem Gericht Möglichkeiten gibt. Na, wir werden es überlegen. Herr Vorsitzender, noch etwas dazu, gerade was der Kollege Ormond eben vorgetragen hat. Wenn die Möglichkeit des Augenscheins gegeben werden soll, ist eben zu prüfen, was überhaupt die polnische Regierung bei der Zustimmungserklärung gemeint hat. Sie hat sicher nur gemeint, dass man etwas ansieht, aber nicht, dass darin eine richterliche Handlung liegen soll. Nur so kann das erklärt werden und nicht anders. Nun ja, Herr Rechtsanwalt Ormond, das wäre auch eine andere Reihe noch von Schwierigkeiten. Glauben Sie, dass hier das Polizeiaufgebot mitfahren könnte und die Leute dort in Polen zu bewachen? Oder wie ist es mit der Sicherheit der Gerichtspersonen? Wir müssten eventuell durch die Deutsche Demokratische Republik fahren. Nein. Na, wir könnten auch durch die Slowakei fahren. Aber jedenfalls, wer gibt die Sicherheit, dass alle, die hier eingestiegen sind, auch wieder zurückkommen? Ich habe diese Frage... Meine Herrschaften. Das ist eine Frage der begleitenden Polizeibeamten und des Polizeischutzes. Aber gerade die Frage, Herr Vorsitzender, die Sie eben aufwerfen, die habe ich gestellt. Und da nimmt schon die Antwort des Justizministers darauf Bezug. Ich habe gefragt, wird Ihre Regierung bevorzugt, alle benötigten Wiesen für das Gericht, die Staatsanwaltschaft, die Vertreter der Nebenklare, die Angeklagten, die Verteidiger und die begleitenden Polizeibeamten für die in Haft befindlichen Angeklagten, deren Zahl sich wahrscheinlich so und so stellen wird, ausstellen? Und ich habe weiter gefragt, ob die in Haft befindlichen Angeklagten in sicherem Gewahrsam dort gehalten werden können, ob allen Angeklagten sicheres Geleit gewährt wird, ob Bedenken bestehen gegen die Begleitung durch deutsche Polizeibeamte in Zivil etc. etc. Das ist also alles bekannt, Herr Vorsitzender. Naja, wir werden das beraten und werden entscheiden. Herr Vorsitzender, im Hinblick darauf, dass der Herr Nebenkläger-Vertreter eben erklärt hat, dass nur einer der Verteidiger seinem Antrag widerspreche, möchte ich erklären, dass ich dem Widerspruch des Herrn Kollegen Laternser in vollem Umfang folge und seine Ausführungen in vollem Umfang unterstütze. Vielen Dank. Vielen Dank.